Alter, was ist das? Mama, Mama, soll ich die Stimme dafür machen, Josh? Ja, mach nur. Also Moment, eine sehr, sehr emotionale Stimme, weil das Vieh hat eine sehr emotionale Stimme. Kann ich mir vorstellen. It hurts, help me. Okay. Vater, ich liege auf dem Tisch, ich möchte nach Hause, ich möchte meine Mama sehen. Oh Gott. Dick, ich will nicht, Mama, Mama. Oh, wir bringen ihn um. So sieht der aus. Hm. Immer einer. Was? Was? Im Augenblick sah das wirklich aus. Ich bin BM, geht's schon. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich bin ganz ernst. 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 Oh, scheisse, ich muss hier runter. Oh, scheisse, da ist jemand schnell wieder auf. Ich bin ganz ernst. Ich bin ganz ernst. Lass den Raum zurück. Wir wollen nochmal PNG-Chan sehen. Entweder das oder er hat ein Magnet im Arsch. Jemand hat ihn mit einer Angel gegrappt und wird zurückgeholt. Bleib her. Oh, nooo. Warte kurz, warte kurz. Wir fangen ihn. Dammit. Ich hätte jetzt wollen, sagen du hättest den müssen finden, den der Staubsauger immer wieder anlässt. Wow, dieser Jumsgar. Holy shit. Was? Würde ich jetzt die Filmanspielung kapieren, würde ich den jetzt bringen, aber ich krieg die grad nicht zusammen. Wer die Filmanspielung liegt? Nadja. Die wollen dich nicht. Was? Oah, ruge gut. Naja. Eiii. Oah. Oah! Eeeeh. Ich glaub der, der, der versteckt gerade einen oder irgendwas so was. Das hast du definitiv nicht hinter diesem Vorhang. Ähm... Ich glaube nicht, dass er am Sticken ist. Ja, lass noch ein bisschen drauf. Mach's so gut. Das ist kein Trinkgeräusch! Das klingt eher wie was anderes. Definitiv auch kein Essensgeräusch. Das ist einer, der versteckt. Das klingt eher so, als hätte jemand da gerade hardcore einen Blowjob. Äh, das klingt... ... 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 Dein Vater, Mörder. Dein Vater, Mörder. Entschüsses, man. Was? Was? Was ist das? Oh, my shit. Ja, der Dude heisst Ogre. Was macht der persische Schwulenklubsitzer in diesem Spiel? Nein. Was? Ich habe es noch mal. Damn it, das geht nicht. Nein, sie hat sich ihr Oberteil besudelt. Mom. Was? 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 Sie werden gleich befriedigt. Äh, warte kurz. So. So. Ah, das geht nicht. Found it. Da ist ein Gringfoucher umdrufen. Pff. Das juckt ihn irgendwie nicht. Dankeschön. Bitteschön, willst du noch eine Snickers? Bitteschön. Ja. 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 Ja, wie soll ich... Zu dem Spiel... Zu dem Spiel passt super Snickers Protein, Rego. Oh Herrmann. Nein. Mit High Protein Snickers. Du meinst, das Ding, das immer noch irgendwo zu hinten in meinem Kühlschrank liegt? Das ist wüscht. Es ist Katastrophe. Du musst das Ding runterwerfen oder wie? Habe ich das Gefühl. Wow. Ich bin so Master of Rätsel. Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank. Lass mich erraten, dass irgendwas tritt, was dir wieder... Was? Ein Mini-Chainsaw. Ja klar. Oh ja, das Flashback. Ja, easy. Messier! Wut? Fett? Messier, so hat er ein ganz grosses Messer in der Hand. Von dem johnnen würde er auf jeden Fall... Links gegen rechts so armen schaffen. Pascal Ferrari Ärth fretten Das ist eine Fucking Silent Hill 3ch Quote Rainbow Dennis 소eng Er Warum Geige das this is way too gross who would even think of doing something so disgusting how dare you how dare you oh that would have slapped yes especially a wonderful high five do you do this too? no one of those who would give me a high five just getting slapped do you know that he has five fingers and no thumbs I don't know I just wonder if it's left or left or one of those three in the middle because it looks exactly like why does it look exactly like what kind of unrealistic play do you play here? you're a used rustic key hello how are you? come to the door open I mean it vibriert with the whole I'm not sure I'm not sure I'm not sure I'm not sure but the texture the texture the back vibriert the bottom vibriert she has a lot what? haha voilà inconsistent he's somehow half the curve he makes it 180 and he has it yeah we are in the country of inconsistent inconsistency inconsistency and the other what does DK stand for? drift king oh so he's just in the middle of the circle wow i'm not sure if he's really drifting in the middle of the speed yeah dirty plate the flame is on fry the ham fry the ham a dirty plate the flame is on fry the ham fry the ham no not the horn holy shit du spielst äh sam Das ist gut. Du hast kein Slap verloren. Bitch Slap! High Five! Jetzt alle High Five in den Monitor rein. Was? 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 Hey, aber geht's dir mal ganz schwarz. Why, though? Jamon. duction Ah, was das ein thymeinen? Ähm? Geheibatonte. Das Bu deixe aber komplett hin deveuueung. Lalalalalalalalalalalalalalalalal Du, aber dein Ernst, das spruchst du mich an! Nein! Fuck it! Du bist das, du schiesst wie, du schiesst dich! Ich finde, ich kann die Räume ficken! Nein, jetzt kriegst du dich an! Du, 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 du! Ah, Mamma mia! Pizza ist schon wieder schwarze geworden, aah, prosciutto, prosciutto. Ah, eindeutig ne Corona-Klasse. Attractive teaching of Foknokji. Foknokji's class, popular with students for his generosity. He like me more. I don't really, shut the fuck up, Ayaka. Oh, God. Paranormal in my ass. Foknokji's class, mate. A boy carefree in appearance, personality, everything. Even the way he handles his dick. Carefree. Just whips it out in class. Noice. I'm for real. It's for real. The other day a kid in the other class got dragged away the bathroom. Yas, queen. Foknokji's classmate, leader of the bullies. You mean the bullies. 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 It speaks with a heavy, with a heavy list. Foknokji's classmate. I hate the person who's... 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 Fartnokji's... Fartnokji's... Fartnokji's classmate. A calm, early maturing youth. And also, he has... He has a defective voice. And he just... He just moans everywhere he goes. Gotta be gold. Oh, god. Oh, god. I'm scared! Fartnokji's classmate. Uh, classmate. Just automa for sure. Thomas' girlfriend. And she's, like... Really scared. That's... Her only character. Ja, wir haben alles schon wieder vergessen. DOS EINT EXIST! DOS EINT EXIST! Was? Was? PAKA! DOS EINT EXIST! Das ist für mich einfach der Thomas. Der ist der aggressiven Japaner, der nur zwei Worte Deutsch kann. Englisch red. WITO! 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 Kudo, this ain't no time to be smoking joints. But I mean, it's totally possible. It's been three months since this event is, and then this stuff just suddenly starts. Huh? If those events are my first time, you should go to our kitchen! If those events are... I understand what the other side is. WENZER? WENZER? Is it actually so written by him? Yeah, I think it's something about... You hear also in the anime, like... so carefree type and everything and everything is exactly right. Because... Oh, my God! My God! My God! We're so... It's probably something like that. I don't know if something is stuck in my mouth... Bleh! Whatever did I do? Does anyone understand what he's saying? Bullying? Why I never... I was... just... making a little... I'm... I'm sorry. And Thoma... always... screwed with me. Thao... ... ... ... ... ... ... ... Aaaah hyaaah My Johann My Johann my Irgendwo gegendisch leicht abgekackt wghghghgh hahghχ Dude xD Das tut so in der Lunge weh. Sie kreischt halt einfach nur ein paar mal und sagt ein Wort, weißt du? Das wäre die Masse, Otome! Predictive! Scheiss! Das ist aber eine Person, die blöd sagt. Blöd sagt einfach nur, wo man steht und die andere ist ein scheiss Delfin. Es ist schwierig, so qualhaft die Luft einzuatmen. Ja... I like love birds. I love birds. Was ist mit Studenten 324 dort hinten, die da einfach hinschaut? Das hat fast eine schöne Zeit. Ich glaube, die verarschen dich. Hm? Wieso? Schau mal, wie es geschrieben ist. So würdest du es auch aussprechen. Mtos! Tul du köst es! DID IT YOU WANTING THEM? VERBADEMENT! I travaille COOL! LITSUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHbat! Installation Canyon ooh DECK Poets! F-F-F-F-F-F-F. Ohhh. It's an Earthquake! Everybody ready! An Earthquake? Eier... An Earthquake? Ja, Flo? Die Zeit hat sich verkürzt von diesen 160 Minuten auf 541. Ich glaub nicht, dass du heute noch reinkommst. Ich hab ich auch nicht! Huay, na nie, ich geh da gleich rein, oder ich geh geh! Wo denk ich so glöd! Ich probier auch so für die Webcams noch etwas so vor der... What's going on do? Es wird alles noch schlimmer. Maybe it's just... Maybe it really is... Mithaus, Kötz. Ich glaube, ich muss das einatmen lassen. Ich muss es jetzt irgendwie tiefer machen. Es tut Kötzchen in der Lunge weh. Mithaus, du real mad at us. Russe! Nangare! Es ist jetzt Kötzchen! 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 Ah! Waren noch nicht? Das ist normal. Ah! Warte, warte! Oh! Ja! Ja! Moment! Ah ok, du sollst nicht help! Easy! Ja! Ja, wenn ich halt keinen Millimeter zuhose, und... ... 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 Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht bin. Eh? Oh Gott, das ist mehr Comedy als Horgorg. Und Quote-Comedy. Hi Marcel, du hast etwas Tolles verpasst. Das glaube ich ja nicht. Ich glaube, die haben gerade eine Tomate zerquetscht. Wir machen es nochmal. Sehr viel Farbe. Du bist tot. Das ist der mit der. Ich zeige mir die auch noch. Oh, das ist geil. Was? You smell awful. Du bist tot. Du bist tot. Oh nein, er hat eine Pickel auf der Nase. Ich habe mich erschrocken und bin tot. Ich gehe ein Waffen. Hey. Ah. Ja! Was? Was ist passiert? Pfff! Was? Ist sie in die Wand gelaufen? Nein, sie hat sich so extrem verknüpft, dass sie sich den Geringen angeschlagen hat. Oh, dass das Telefon geklingelt hat. Hm? Lass mich verarschen. Boink! Vor allem so langsam. Äh? Wirst du sicher noch etwas mit dem Rettung machen. Pha! Was? Harvest of Salt. Hast du da... ... Yep! Im Ding ist das genau gleich passiert, wie es mir passiert ist. Alter Fuuu! Warte, wie haben wir es nochmal gemacht? ... ... ... ... ... ... ... War das bei den Peanuts, wo die Eltern am Telefon genauso tönten? ... Du ... ... Um Gottes zu dumme. War kurz. Ja, hat er glaubst...